Prinz William drückt ab, Fußball aus Zeit mit Prinz George. Der Thronfolger hat nach der Krebserkrankung von Prinzessin Kate viel zu tun. Nun wurde er beim Anschauen eines Fußballspiels mit seinem Sohn gesehen. Prinz William und sein ältester Sohn Prinz George traten zum ersten Mal öffentlich bei einem Fußballspiel von Aston Villa auf. Seit am 22. März bekannt wurde, dass die Prinzessin von Wales an Krebs erkrankt war. Man sah sie lächelnd und applaudierend im Villa-Park in Birmingham, während Prinz George einen Vereinsschal trug. Prinz George feuert Prinz Williams Lieblingsverein bei einem Fußballspiel an. Das Paar verfolgte den Zwei zu einem Sieg von Aston Villa gegen Lille im Viertelfinal-Hinspiel der Europa Conference League. Man sah Prinz William, wie er seinem Sohn etwas erklärte und den Führungstreffer von Olly Watkins feierte. Auch John McGinn's Tor in der 56. Minute, das seinem Team die 2 zu 0 Führung bescherte, wurde von Vater und Sohn gebührend gefeiert. Das Buff wurde die Akite von 1984 als Lille in der Minute endlich den Siegtreffer erzielte, nahmen die beiden dies fast gelassen hin. Videos und Fotos von William und George wurden später in den sozialen Medien geteilt. Prinz George gilt als großer Fußballfan. Er wurde mehrere Male bei Spielen von Aston Villa, dem Lieblingsverein seines Vaters Prinz William, gesichtet. Im Juli 2021 berichtete die DPA, dass der süßeste Augapfel beim EM-Finale in London der kleine Prinz sei. Die Tatsache, dass George zusammen mit seinem Vater und Prinzessin Kate am Finale teilnahm, war für viele eine Überraschung. Da das Fußballspiel von 20 Uhr bis etwa 23 Uhr Ortszeit dauerte, was für einen Siebenjährigen ziemlich spät war. Prinz George ist ein großer Fußballfan. Prinz George spielt auch leidenschaftlich gerne Cricket. Im Juli 2023 wurde er mit seinem Vater beim Testspiel England gegen Australien in London gesehen. Damals bemerkten die sozialen Medien die Ähnlichkeiten zwischen William und George, insbesondere ihr gemeinsames Bezessen während der Spiele. Warum Prinzessin Charlotte und Prinz Louis das Fußballspiel verpasst haben, ist noch nicht bekannt. Prinzessin Charlotte hat auch eine Leidenschaft für Fußball. Sie ist ein Fan der englischen Frauen-Nationalmannschaft, der Leone-SSEs. Und erschien mit ihrem Vater, um ihnen viel Glück bei großen Turnieren zu wünschen. Laut seiner Mutter ist der fünfjährige Prinz Louis besessen von Rugby. Sie sind in einem Alter, in dem sie einfach gerne herumlaufen. Sagte die zukünftige Königin bei einem Empfang zur Feier des Erfolgs des englischen Rollstuhl-Rugby-League-Teams. Beim Rugby-League-Weltcup-Finale im Januar 2023 und beim Rugby-League-Weltcup-Finale im November 2022, t.a. beim Rugby-League-Weltcup-Finale im Januar 2022, t.a.